Du wachst morgens auf, aber es klemmt noch am Nacken, an den Knien, am Rücken. Du fühlst dich nicht wohl, du hast zu viel Spannung. Was ist, wenn ich dir sage, dass du mit nur 30 Minuten pro Tag ein ganz anderes Leben haben könntest? Und wir machen heute noch was Besonderes. Zusätzlich zu den Übungen, die wir durchgehen, machen wir zeitgleich, Joanna und ich, du wirst sie gleich sehen, die Übungen so, dass sie noch effizienter, zeitsparender und leichter fallen mit unseren Hilfsmitteln und den Rettern. Und das sind Mitmachübungen für dich, also auch wenn du diese Hilfsmitteln nicht hast, mach mit. Wir beginnen jetzt damit, dass wir erstmal den Kiefer freistellen, Zähne knirschen, all diese Dinge wollen wir ja nicht wirklich haben. Joanna, mach folgendes, mach deinen Mund auf und du machst gleich mit, bitte. Und jetzt geht er mit dem Kinn hier in diesen Winkel rein, wie Joanna das zeigt. Nimm auch den Kopf ein bisschen zurück. Und dann öffnest du den Mund so weit, wie es geht. Und mach das ruhig mit, ja. Den Mund immer weiter öffnen und dann merkst du hier rechts und links, da zieht es immer mehr. Und dann stellst du das Ziehen so ein, dass es gerade noch gut erträglich ist. Schön tief ein- und ausatmen. Immer weiter steigern. Und nimm den Kopf ruhig noch ein bisschen zurück, weil es kann sein, dass der Speicher ein bisschen läuft, wenn du so lange den Mund auf hast. Und das soll ja im Mund bleiben, gell. Deswegen den Kopf leicht zurücknehmen und immer weiter öffnen. Und während Joanna sich da jetzt rein vertieft und immer weiter steigert, und das kannst du ruhig auch machen, dann zeige ich dir was, was du auch zwischendurch auch machen kannst, im Auto sitzend, am Schreibtisch und so weiter, mit unserem Kieferretter. Du nimmst inzwischen die Zähne. Der ist so eingestellt, dass du eine deutliche Dehnung hast. Und dann hast du immer von Tag zu Tag, von Woche zu Woche, zwei Millimeter, die du höher einstellen kannst. Dann hast du diese ganzen Teile und kannst es immer weiter steigern. Du machst schön weiter. Halt es noch nicht rum, wir müssen unsere zwei Minuten durchhalten, ja. So, und jetzt habe ich dir noch einen Trick, nämlich, während ich das jetzt mache, nehme ich den Drücker aus unserem Set und entspanne noch gleichzeitig den Muskel. Und hast du einen doppelten Effekt. Sieht dann so aus. Kann dann kurz nicht reden. Es gibt einen Punkt hier unter dem Jochbein, wo du mit der Spitze des Drückers reingehen kannst und dort entspannst du genau den Muskel, der jetzt auch mechanisch gedehnt wird, den die Joanna mit ihren Händen in der Übung dehnt. Ich mit dem Kieferretter und der wird gleichzeitig auch entspannt und das Gleiche kann man dann auf der anderen Seite machen. Und jetzt versuche mal, den Mund zu schließen, halt ihn aber fest. Jetzt machen wir noch unser Krafttraining, ja. Versuche ihn zu schließen, halt ihn aber fest, lass wieder locker, öffne noch ein bisschen weiter, gleich haben wir es geschafft und langsam wieder schließen. Und das Schönste ist das Wohlgefühl, was sich kurz danach einstellt. Das ist schon ein Zeichen dafür, wie du dich immer weiter fühlen kannst, wenn du das regelmäßig machst. Jetzt machen wir weiter mit dem Nacken. Joanna, du bleibst jetzt so sitzen und du ziehst jetzt folgendermaßen die Schulter nach unten. Du beugst den linken Arm, ziehst die Schulter nach unten, gehst mit dem Kopf 45 Grad nach links, greifst mit der rechten Hand und machst du gleich mit zu Hause, über den Kopf und ziehst jetzt, das Kinn nimmst du noch ein bisschen nach hinten, zum Kehlkopf und ziehst jetzt praktisch den Kopf nach vorne, unten, rechts. Und dann spürst du hinten links im Nacken spürst du dieses Ziehen. Oh ja. Da vertiefst du dich rein. Und jetzt was ganz spannend, was zeige ich dir jetzt? Ich zeige dir jetzt was ganz Tolles, nämlich, das ist unser Nackenretter. Und während Joanna sich da so ein bisschen anstrengt, was ja auch gut ist, das ist ja ein gutes Training, lege ich mich hier hin, platziere meinen Kopf so, dass der untere Rand des Schädels auf dem Nackenretter liegt. Ja, und jetzt vergleich mal, was sie macht, was ich mache. Ich kann jetzt lesen, kann ein bisschen fernschauen. Du dehnst immer weiter rein, ja? Du musst Action haben. Was ich damit sagen will, das ist halt so die Feierabendübung für den Nacken. Und ich dehne nicht nur den Nacken, ich mache noch Folgendes, ich drehe es von dem Kopf leicht nach links und der Nackenretter hat so eine schöne Wölbung, die genau dafür sorgt, dass der untere Schädelrand abrollt auf dieser Wölbung. Und dann finde ich einen Punkt und der ist schmerzhaft. Und das ist einer dieser Osteopressurpunkte, die wir auch in der Therapie verwenden, wo die Therapeuten euch drücken damit. Und da liege ich jetzt einfach drauf, mit der Folge, dass mein Nacken entspannt. Genau in diesem Muskelbereich, der von diesem Punkt betreut wird. Und so suche ich mir diese ganzen Punkte und entspanne, während ich dehne. Zweifacheffekt. Und ich setze nur einen drauf, den Dreifacheffekt. Ich drehe den Kopf nach links, wieder zurück und nach rechts und kriege praktisch eine Faszienrollmassage in den ganzen Bereich rein, die ganze Linie entlang. Falls du den Nackenretter schon hast und es gleich mitmachst, dann lernst du vielleicht zum ersten Mal diese Dreifachwirkung kennen. Jetzt müssen wir mal wechseln, weil du musst jetzt noch wechseln. Nimm mal den Kopf wieder gerade, zieh den rechten Arm mit der rechten Schulter runter, guck 45 Grad nach rechts, greif mit der linken Hand über den Kopf und zieh den Kopf nicht so stark zur Seite, zieh mehr nach vorne, links, unten. Jawohl. Dann merkst du hinten mehr Zug. Das stimmt. Ja, sie macht jetzt die andere Seite und ich zoome hier nochmal einen Punkt ziemlich weit außen, da ist auch oft viel empfindlich. Das ist dann eher so wie die seitlichen Kopfschmerzen. Also diese Nackenübungen haben ganz viel mit Kopfschmerzen zu tun, die wir damit weg trainieren wollen. Auch mit schlimmsten Kopfschmerzen, mit Nackenverspannungen sowieso, bis hin zur Migräne. Du kannst auch bei Migräne das einfach mal probieren und oft hilft es aus der Erfahrung, die wir machen. Und jetzt extremiere ich das mal ein bisschen. Du siehst, ich ziehe jetzt die Arme, gestreckt, immer weiter nach unten und dadurch vergrößere ich die Dehnung, die ich im Nacken spüre, weil der ganze Schulter, Gürtel wandert jetzt runter und das wird immer intensiver und ich stelle es jetzt genau so ein, dass ich es gerade noch gut ertragen kann. Dann gehe ich noch ein bisschen raus, nehme den Kopf ein bisschen nach links und jetzt guck mal zur Johanna, die macht ja die gleiche Übung anders, aber auch diesen seitlichen Strang kann ich dadurch jetzt in die Dehnung kriegen, dass ich wieder die Arme nach unten führe, so zunehmend und dann mache ich das Gleiche nochmal auf der anderen Seite. Ihr werdet merken, wenn er auf dem Nackenretter liegt, der wollte gar nicht mehr runter, weil das einfach super bequem ist und viele schlafen noch einen drauf. Einer meiner Söhne berichtet mir immer, er schläft ein abends. Den Kopf nach rechts jetzt gedreht und jetzt merke ich gerade rechts so einen Osterbisurpunkt, der richtig zieht, was gut ist und gleichzeitig dehnt es rein. Und dann komme ich langsam wieder raus und Johanna auch langsam wieder rauskommen. Das war ganz viel für den Nacken. Jetzt geht es weiter. Jetzt gehen wir gegen Rückenschmerzen vor. Jetzt geh du bitte mal auf alle Viere, Johanna und du machst gleich mit. Bitte auf alle Viere gehen. So und jetzt drück mal deinen unteren Rücken nach oben, so als würdest du einen unteren Katzenbuckel machen. Ja und damit geht Johanna jetzt aus ihrem Hohlkreuz raus und bleib mal so und lass dich mal mit dem Becken durchhängen, bitte. Jawohl. Es ist nicht einfach anzusteuern. Ja, probier, probier. Versuch das Hohlkreuz minimal zu lassen und geh immer tiefer. Jawohl. Und zum Schluss lässt du dich einfach durchhängen und versuchst aber mit den Leisten voran und mit dem Bauchnabel etwas zurück zu bleiben. Weil dann kippt die Hüfte immer in die Position, wo der Hüftbeuger am meisten Dehnung bekommt und das ist super wichtig. Es ist nicht falsch ins Hohlkreuz zu gehen. Das ist auch eine gute Idee. Nur ist mehr Bauchmuskel drin. Wir wollen aber vor allen Dingen den Hüftbeuger dehnen, weil der unserer Erfahrung nach ganz, ganz viel mit den Rückenschmerzen zu tun hat. Ja und während du jetzt arbeitest, zeige ich mal eine kleine Alternative. Auch sehr empfehlenswert für den Abend. Nämlich, ich nehme den Rückenretter und lege mich drauf und habe jetzt, was den Rücken angeht, eine Dehnung, die mindestens genauso intensiv ist. Ja, aber ich ruhe mich aus und lasse die Schwerkraft die Arbeit machen. Ja, das sieht ganz schön entspannt aus bei dir. Gerade für, beschreib ja was mit deinen Armen passiert. Ja, die sind sehr angestrengt. Ja, vor allem, wenn man es nicht gewohnt ist, ist es halt schwer. Und von daher ist eine wunderbare Alternative auch sehr gut für den Abend geeignet. Ich mache es teilweise sogar im Bett. Da braucht man eine festere Matratze für, weil dann kann man dann, wenn man eingeschlafen ist, sich direkt runterrollen, kann man weiterschlafen und der Rückenretter fällt dann irgendwann vom Bett runter oder bleibt auch liegen und gestört. Ja, und so vergrößern wir immerhin die Dehnung und jetzt machen wir mal eine Krafttraining. Drück du mal die Knie in die Matte rein und ich versuche, die Beine zu heben. Das ist das gleiche Krafttraining, aber ich hebe sie nicht ab, sondern ich versuche es nur und lasse wieder locker und gehe weiter in die Dehnung. Und das machst du auch. Auf die Art und Weise kann man das gleiche, was Joanna macht, mit einem Buch verknüpfen oder Musik hören und sich einfach ausruhen. Gerade auch für den Abend sehr, sehr gut geeignet. Dann gehen wir zur Wirbelsäulenübung. Komm mal langsam raus, ganz, ganz langsam, immer weiter rauskommen. Jawohl. Und nimm mal die Beine so nach vorne, wie ich das mache und greife zu den Füßen und jetzt ziehst du dich immer weiter nach vorne unten. Zieh dich in die Dehnung rein. Ja, so. Ganz viele Menschen haben aber das Problem, längst nicht so beweglich zu sein wie Joanna und ich, weil ich es halt viel geübt habe und wenn du auch üben willst und noch nicht bis da vorne hinkommst, nimmst du einfach unsere Übungsschlaufe und legst die um die Füße und es gibt sehr viele Menschen, die kommen maximal bis hier. Dann übst du ganz entspannt hier und irgendwann bist du ein bisschen weiter vorne. Gibt es dann noch so Tricks, wie man das schön drehen kann, um das Ganze individuell einzustellen und hast so die Möglichkeit, ohne Stress, dich ganz nach deinen Körperbeschaffenheiten immer mehr nach vorne in die Dehnung zu bewegen. und zieh mal gegen jetzt. Ja, wir machen das zusammen. Jetzt machen wir das Krafttraining. Jetzt will der Körper zurück. Wir halten uns mit den Händen aber fest. Nicht zurücklassen. Du musst halten. Halt fest, halt fest. Und jetzt zieh mit deinem Rücken, als wolltest du, hoch und deine Arme halten dich vorne. Richtig Gas geben im Sinne von so anstrengen, wie es geht, weil da ist der Effekt am besten. Und dann lässt du locker und kommst weiter nach vorne und ziehst dann wieder nach hinten gegen. Zieh richtig gegen. Richtig ziehen. Und lass wieder locker und geh weiter nach vorne. Und nochmal. Du ziehst. Jetzt spannen sich hinten die ganzen Muskeln an, die auch bei den Rückenschmerzen wehtun. Die spannen sich jetzt an, um locker zu lassen, um gedehnt zu werden. Wir holen damit die ganzen Anspannungen raus, die vom Sitzen sich in den Rücken einprogrammieren. Und jetzt kommen wir mal hoch und gehen in die Ecke. Joanna, geh mal bitte in die Ecke. Ja. Und stell dich vor die Ecke. Die Ecke ist eher da. Wir nehmen mal diese Ecke da. Okay. Ich zeige, wie es geht. Du nimmst die Arme bitte erstmal horizontal und dann auf ungefähr 45 Grad. Und jetzt setzt du bitte einen Fuß zurück und einen nach vorne. Ja, aber den rechten mehr zurück. Jawohl. Machst du zu Hause auch schon genauso mit. Und jetzt nimmst du das obere Ende des Brustbeins und gehst immer weiter in die Ecke rein. Und dann zieht das in den Schultern, in den Oberarmen, bis in den Brustmuskel rein. Da überall zieht das. Und das wird jetzt gesteigert immer weiter. Und ich führe dir vor, wie du diese Ecke auch praktisch in der Hosentasche mitnehmen kannst, um sie dann überall, wo du Lust hast, anwenden zu können. Du suchst dir deine Breite, dass du auf Dehnung kommst und dann bewegst du dich in diese Dehnung rein. Und im größten Punkt der Dehnung verharrst du. Und das ist jetzt ein ganz ähnliches Gefühl wie in der Ecke. Aber ich gehe dann darüber hinaus und gehe nach unten und übe für das Gelenk diese ganze Bewegung von vorne nach hinten und umgekehrt. Und wieder zurück. und wieder vor. Wieder zurückgehen. Und so weiter. Und jetzt gehen wir nochmal in den Punkt, der meisten wehtut. John, er ist schon drin die ganze Zeit, weil du machst es ja ziemlich statisch da in der Ecke. Jetzt wollen wir mit den Armen gegen die Wand beziehungsweise gegen die Schlaufe drücken. Richtig festdrücken. Jetzt spannen wir nämlich die Muskeln an, die mit Schulterschmerzen ganz viel zu tun haben. Lassen wieder locker. Und Joanna bleibt, geht weiter rein. Ich bewege ein bisschen mehr. Und das ist eine wunderbare Maßnahme gegen Schulterbeschwerden, Schulterschmerzen, Frozen Shouldern, was es da so alles gibt. und Impingement. Diese ganzen Sachen können wir gut damit versuchen aufzulösen. Und dann langsam wieder raus. Und jetzt machen wir was für die Waden und für die Fußgelenke. Joanna, vielleicht mal dort an die Wand. Diese Übung kennst du vielleicht sogar. Mach ruhig mal mit. Wir optimieren sie noch ein bisschen. Stell dich dagegen und geh mit dem linken Fuß so weit zurück, dass du beim gestreckten Bein schon einen Zug hier in der Wade merkst. Ja, du rutschst jetzt. Du rutschst ein bisschen. Du musst gucken, dass er nicht rutscht. Und dann beugst du dein rechtes Knie und gehst immer weiter in die Dehnung. Du musst aber gestreckt lassen und ganz, ganz wichtig vielleicht von der Kamera dazu sehen, der Fuß muss ganz gerade zur Wand stehen. Also senkrecht zur Wand. Ja, der häufigste Fehler ist bei dieser Übung, dass die Füße nach außen gestellt werden, weil der Körper möchte genau der Dehnung ausweichen, die die Schwierigkeiten im Bein letztendlich macht. Deswegen ganz gerade den Fuß. Und ich zeige dir eine Optimierung. Das mache ich zum Beispiel und viele tausend Menschen machen das schon mir nach. Jeden Morgen beim Zähneputzen. Ich stelle mir den Keil des Knie-Retters in die richtige Höhe und gehe es einfach nach vorne und habe genau diese Wirkung. Und der große Vorteil ist, das ist viel intensiver als das, was Joanna macht. Weil mal abgesehen vom Wegrutschen und so, der Schwerpunkt von Joanna ist nicht mehr über dem linken Fuß, sondern der ist weiter vorne. Und ich kann mein ganzes Gewicht jetzt dafür verwenden, dass meine Wade richtig schön aufgedehnt wird. Bleib mal dabei. Geh immer weiter rein, Joanna. Immer weiter reingehen. Und jetzt spannst du mal, jetzt machen wir Krafttraining. Zu Hause mach es bitte mit. Wir spannen den Vorfuß gegen den Boden, als wollten wir uns auf die Zehenspitzen stellen. Die Ferse darf nicht abheben. Lass ihn wieder locker und gehen weiter rein. Und noch mal das Krafttraining. Richtig feste drücken, richtig feste drücken, locker lassen und weiter reingehen. Und dann langsam rauskommen. Andere Seite. Direkt rechten Fuß zurück, linken Fuß vor. Mach bitte direkt mit. und korrigier mal selbst deinen Fuß. Der zeigt wieder nach außen. Ja, die Wegrutscherei, gell? Das ist halt so ein Nachteil. Jetzt geht's, ja. Jetzt geht's? Okay. Noch ein bisschen, weil dir die Ferse raus, Joanna. Du musst ganz selbstkritisch zu Hause auf deine Füße gucken, auf deinen hinteren. Der muss gerade nach vorne zeigen, nicht nach außen. Nicht dem Körper praktisch nachfolgen, ausweichen. Wir wollen nicht in die Dehnung ausweichen, wir wollen voll in die Dehnung rein. Okay. Und die andere Seite. Ich zeige es auch wieder hier mit dem Knie-Retter. Du wirst, wenn du das ein paar Mal gemacht hast, beim Zähneputzen nicht mehr darauf verzichten wollen, weil gerade morgens, wenn so die Beine noch so schwer sind, gell? Vom Knie-Retter runter, da ist die Leichtigkeit in den Knien direkt vorprogrammiert. Und auch da, bitte nochmal Gegenspann mit dem rechten Vorfuß gegen den Boden spannen. Richtig fest Gegenspann, noch ein bisschen Gegenspannen, noch ein bisschen gegen und dann locker lassen und nochmal weiter rein. Nochmal weiter rein und langsam wieder rauskommen. Okay, schwenk mal die Beine ein bisschen. Mach auch mal zu Hause und lauf mal ein paar Schritte, dann merkst du gleich, was das mit der Gesundheit deiner Knie zu tun hat, weil der Druck aus dem Gelenk rausgenommen wird. Ja, Anti-Arthrose, Anti-Entzündung, Anti-Zerstörung im Knie selbst, Meniskus und so weiter. Das alles wollen wir damit erreichen. Jetzt gehen wir nochmal auf die Matte. Joana, setz dich bitte und nimm beide Beine gestreckt nach vorne. Ja, beide gestreckt nach vorne, ganz durchgestreckt. und ja, streng mal ganz durch, dann merkst du, streng mal ganz durch die Knie. Ja, guck mal, die sind nämlich bei, also bei Joana ist extrem, da ist viel, also eine große Höhe, die überbrückt werden muss. Schau mal, leg mal die Fersen da drauf, ist schon besser, weil wichtig bei der Übung ist, dass die Kniekehlen auflegen und die Fersen aufliegen. Ja, so, und dann gehst du nach vorne, ja, und dehnst dich und ziehst dich am Bein immer weiter nach vorne. Guck mal, ob du hingreifen kannst. Ja, aber wer kann das schon mit gestreckten Knien? Und was kommt jetzt? Jetzt kommt unsere Schlaufe wieder ins Spiel. Damit kannst du nämlich diese Übung richtig effizient üben. Du gehst einfach so drum, so, und kannst jetzt wunderbar dich immer weiter nach vorne ziehen. Und das ist die unbeliebteste Übung auf diesem Planeten. Aber was heißt das? Das ist gleichzeitig genau die Übung, die die meisten Menschen brauchen. Ja, und es gibt interessante Studien, weil man hat herausgefunden, dass wenn man mit den Händen an seine Fußspitzen kommt, bei gestreckten Knien, dass dann das ganze Herz-Kreislauf-System viel besser drauf ist. Ja, das liegt daran, dass bei diesen Dehnungen auch, das ist meine Interpretation, ja, auch die Gefäße mit gedehnt werden und einfach flexibler bleiben und deswegen besser funktionieren, weil in den Gefäßen strömt ja das ganze Blut. Ja, so, und jetzt führen wir auch hier unser Krafttraining ein, okay? Nicht die Dehnung verlassen, nur weil ich da nicht hingucke. Jetzt zieh mal nach hinten, Füße nach vorne und Rumpf nach hinten, richtig schön ziehen, richtig schön ziehen, Kraft aufbauen, locker lassen und weiter nach vorne gehen. Und nochmal, du ziehst wieder, richtig ziehen, die Kraft aus dem unteren Rücken jetzt holen, der Rumpf will nach hinten und die Waden anspannen, als wollten die Füße nach vorne. Dieses Anspannen ist ähnlich wie das, was wir eben gemacht haben an der Wand. Und wieder locker lassen und weiter nach vorne gehen. Und nochmal, gegenspannen, gegenspannen, noch mehr gegenspannen. Bist du richtig am Gegenspannen? Ich bin am Gegenspannen. Buckst du entspannt? So fühle ich mich nicht. Okay, und locker lassen und weiter nach vorne gehen. Und wer es kann, versucht nochmal nach vorne zu greifen oder sich auch, wenn er es nicht packt, aktiv nach vorne zu ziehen und noch ein bisschen mehr und noch ein bisschen mehr und langsam wieder raus. Super wichtige Übung für das Wohlgefühl deiner Fußgelenke, deiner Knie, des ganzen rückwärtigen Beines. Und oft hat es auch was damit zu tun, dass das Bein stabiler ist beim Laufen, man nicht mehr so sich unsicher fühlt, sondern besser laufen kann, gerade in hohem Alter. Nächste Übung ist fürs Gesäß. Ganz, ganz wichtig. Schoenab, tu mal die Scheiben da weg, bitte. Und jetzt nimmst du das linke Bein rechtwinklig nach vorne, setzt dich ein bisschen weiter vor auf der Matte, jawohl, und das andere Bein nach hinten zurück und gehst da in die Dehnung rein, jawohl, immer schön 90 Grad, wenn du es zu Hause mitmachst. Wenn dir die Übung noch zu schwer ist, dann setz dich auf den Stuhl und leg dein linkes Bein über das rechte und beute dich dann mit dem Rumpf immer weiter nach vorne. Ja, aber der Winkel, noch ein bisschen weiter öffnen, bitte. Jawohl. So, wunderbar. Du, es ist anstrengend, die Übung ist anstrengend. Ich zeige dir jetzt mal, was eine unglaubliche Entspannung auch im Gesäßmuskel herbeiführen kann. mit unserem ISG in Ischias Retter. Du legst dich einfach hin und du bleibst bei deiner Übung, strengst dich an, ja, und legst dich mit dem Gesäß drauf und zwar genau, such erst mal den Punkt, der richtig empfindlich ist. Ich habe ihn bei mir. So, jetzt beginnt die Übung. Also, das Üben beim Ausruhen, sage ich immer. Ähnlich wie beim, beim Rückenretter ist ja auch von der Funktion so ähnlich, wobei, was hier passiert, ist super spannend, weil der Grund für ein absolut angespanntes Gesäß ist, dass wir durch das Sitzen unseren Hüftbeuger verkürzen. Und wenn der Hüftbeuger zu kurz ist und man will wieder nach oben sich hinstellen beim Aufstehen, dann muss hinten der Gesäßmuskel diese Arbeit leisten und deswegen ist der Gesäßmuskel bei den meisten Menschen dauerverspannt. und das kriegt man mit der Übung, die Joana zeigt, raus. Aber diese Entspannung, wirst du dich wundern, wenn du dich mal auf so ein ISG, nicht das Ritter legst, nur so drei Minuten, dann aufstehst, du hast das Gefühl, deine Hüfte ist völlig frei, weil der Gesäßmuskel, weil der Gesäßmuskel von der Spannung absolut runtergeschaltet ist. Und jetzt gehen wir noch mal auf die andere Seite. Machen wir mit der Joana mit. Gehen wir mit dem rechten Bein jetzt nach vorne. Schneller Wechsel, genau. Rechts 90 Grad. Und mit dem linken Bein nach hinten. Und je mehr du jetzt dich mit den Händen in die Senkrechte drückst, dass der Rumpf schön aufrecht kommt, da merkst du, es wird immer deutlicher. Die Dänung wird immer mehr. Je mehr du aufrecht dich hinsetzen kannst, umso besser ist es. Und versuche, mit deiner linken Leiste, mit deinem linken Hüftstachel, so dicht wie möglich an die rechte Ferse dran zu kommen. Und bleib schön aufrecht. Und während du die Übung machst, zeige ich nochmal, was hier mit dem ISG-Retter auf der anderen Seite passiert. Ich zeige nochmal eine Variante, weil manchmal ist es gar nicht nötig, den so hoch zu stellen. Aber wir lassen trotzdem das Unterteil drunter. Und ich suche meinen Punkt. Und jetzt guck mal, was ich mache, weil wir diese gewogene, diese, 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 wie heißt denn das? Diesen Huppel unten haben. Machen wir es mal so. Ich komme jetzt nicht, mir fehlt jetzt ein Wort. Ist egal. Aber du siehst, ich kann richtig mich schön so drehen und mich immer weiter in diese Akku, in diese Osteopressur reinarbeiten. Wie komme ich denn auf Akkuschraube? Wahrscheinlich wegen dem Reinschrauber, wegen dem Reinschrauben, wegen dem Drehen. Ja, immer weiter mit kleinen Spiralen reindrehen und immer tiefer kommen. Und immer, wenn du das Gefühl hast, du hast langt jetzt, dann einfach stillhalten und weiter die Schwerkraft nutzen lassen. Das ist so toll, dass die Schwerkraft die ganze Arbeit macht. Auch in der Übung für den Abend wieder. Wunderbar. auch in Kombination mit dem, was Joanna gerade zeigt. Ich habe zwar gar keine Lust, aber ich gehe trotzdem mal runter, weil das ist immer so entspannt, auf diesen Dingern drauf zu liegen. Joanna, jetzt machen wir noch eine Runde Krafttraining für dich. Drück mal den rechten Fuß, du machst bitte mit. Rechter Fuß drückt gegen den Boden, linkes Knie drückt gegen den Boden. Richtig fest Druck aufbauen, richtig fest Druck aufbauen, locker lassen, noch ein letztes Mal weiter in die Dehnung, aufrechter, linke Leiste mehr an das rechte Fersenbein, wunderbar, und langsam wieder rauskommen. Betonung liegt auf langsam. Wenn du richtig mitgemacht hast, wirst du nämlich merken, oh, ich muss ganz langsam machen, dass mein Körper sich daran gewöhnen kann. Ja? So, und jetzt bitte Rückenlage einnehmen, Rückenlage einnehmen und die Knie lässt erst mal aufgestellt. Mhm. So. Okay. Kopf gerade und jetzt senke bitte deinen Kinn immer weiter ab Richtung Kehlkopf. Und das macht den Nacken schön gerade jetzt, ja? Wir gehen jetzt gegen die Fehlhaltung vor. Und dann hältst du den Kopf so, wie du ihn jetzt hast und gehst mit der Lendenwirbelsäule immer weiter nach unten Richtung Boden. Und dann merkst du, diese beiden Absenkungen, Kinn und Lendenwirbelsäule, widersprechen sich. Wenn das Kinn runter geht, wird die Lendenwirbelsäule hoch und umgekehrt. Mhm. Und genau in diesem, ja, in diesem kleinen Fight zwischen dem Kinn, was runter geht, und der Lendenwirbelsäule, die runter geht, ist die Balance, die der Körper finden muss, um eine schöne, aufrechte Haltung zu haben. Jetzt hältst du diese beiden Spannungen und wir setzen noch eine dritte hinzu. Und zwar, du streckst deine Beine und du machst zu Hause mit. Und wenn du die Beine streckst, kniet möglichst zusammen, nicht auseinandernehmen die Beine, schön zusammenbleiben, dann kann es sein, dass wenn dein Hüftbeuge zu kurz ist, du merkst, oh, je weiter die Knie runter gehen, desto mehr Spanns in meinen Rücken rein. Und dann lässt du die Knie genau in dem Bereich, in dem es gerade so viel Spannung im Rücken erzeugt, dass du sie gerade noch gut, also positiv ertragen kannst. Okay? Und ich mache die gleiche Übung, aber ich setze noch was drauf, indem ich die Rolle unterlege, unten anfange und dann Stückchen für Stückchen, ganz, ganz langsam, immer weiter mich nach unten Richtung Füße bewege und deswegen diese ganzen Muskeln, die da gerade jetzt in Arbeit sind sozusagen, nochmal entspanne. Und da gehe ich den ganzen Rücken entlang, es rollt sich mein T-Shirt mit ein, das ist nicht im Sinne des Erfinders, nein? Jetzt geht es wieder okay und du kannst das so machen, du kannst als mehr Fortgeschrittene dich auch so auf die Arme stützen, da hast du mehr Gewicht drauf, jeder so, wie er es für sich vertragen kann und das würdest du auch machen bis oben hin und danach dann das machen, was die Joana gemacht hat und dann hast du zusätzlich zu diesen Anspannungen der Muskeln, die die Form und die Position, die Kurven der Wirbelsäule bilden, außerdem noch eine Faszien-Rheummassage, die ganz viel Stoffwechsel verursacht, nach der Idee, Abfall raus und neue Nährstoffe hin zu den Zellen und loslassen, entspannen. Das ist ein Bildes zu machen. Vielen Dank.